Wenn ihr in die Disco geht, dann braucht ihr euch keine Sorgen, um das Licht zu machen. Da gibt es einen DJ und er macht zu seiner Musik auch das passende Licht. Aber dann macht ihr zu Hause mit euren Kumpels eine Party und entweder es gibt kein Licht oder ihr müsst daneben stehen und euren Freunden beim Spaß haben zuschauen. Das ist natürlich nicht besonders toll, aber ab heute gibt es Magical Unicorn Light. Für die Party nach den Mathehausaufgaben. Oder während der Mathehausaufgaben. Also die Idee ist, wir haben Musik und wir wollen am Ende Licht haben und das soll zur Musik passen. Und dabei wollen wir sozusagen den Lichttechniker arbeitslos machen, weil kann man sich nicht immer leisten. Und man will ja tanzen, wie schon gesagt. Und deshalb haben wir uns einfach ein Projekt ausgedacht, das quasi, ich weiß nicht, ob wir auch eine Präsentation bekommen und ob das mit dem Internet noch was wird, damit es nachher auch Einhörner gibt. Es geht dabei nicht um irgendwelche Grafikeffekte auf dem Bildschirm, sondern es geht einfach nur um buntes Licht, was irgendwie zur Musik passt. Und darum haben wir uns gekümmert. Aber es geht nicht so ganz. So, unsere Aufgabe, lasse ich mal so grob in drei, vier Unterpunkte unterteilen. Einmal, wir müssen irgendwie Musik einlesen. Das haben wir jetzt so gemacht, dass wir einfach eine WAF-Datei nehmen und analysieren. Unser ganzes Projekt ist in Java geschrieben und da es da schon ein bisschen Hilfe gab, war das auch noch der einfache Teil. Aber dann müssen wir die Musik irgendwie analysieren und da wurde es dann doch komplex. Da gibt es einen Algorithmus, der nennt sich Fast-Foyer-Transformation und das klingt schon kompliziert. Aber es wird noch komplizierter, wenn man merkt, dass das komplexe Zahlen beinhaltet und wer weiß schon, was das ist. Und eine Frage, wie viele 14-Jährige könnt ihr die Sachen mit komplexen Zahlen implementieren? Und ich kenne nämlich genau einen und das ist der Noah und der hat das ganz toll hingekriegt. Und irgendwie haben wir jetzt Frequenzen, die wir magisch analysieren können. Und dann im nächsten Schritt dazu Lichteffekte erstellen und diese dann auch wieder auf verschiedene Endgeräte, Lampen, beziehungsweise auch Bildschirme, die bunt blinken können, ausgeben wollen. Ursprünglich haben wir uns dann erst mal gedacht, ja, es wäre doch schön, wenn das alles modular ist und man dann nachher mehrere noch schöne neue Einlesemethoden, schöne neue Ausgabegeräte und alles hinzufügen kann. Und ja, das war der Plan und dann haben wir angefangen zu programmieren und dann haben wir gestern Abend auf den Code geguckt und es war nicht so sehr modular, wie das mal gedacht war. Und man kennt ja so Programmierprojekte, wenn es einmal ein bisschen chaotisch ist, dann wird das normalerweise ja nie wieder aufgeräumt. Aber so gestern Nacht zwischen 0 und 4 Uhr wurde tatsächlich nochmal aufgeräumt. Und jetzt können wir sogar behaupten, dass es einigermaßen modular ist, dass man es erweitern könnte. und es hat heute Morgen, als wir dann nach drei Stunden Schlaf wieder aufgestanden sind, tatsächlich funktioniert. Und jetzt hoffen wir, dass auch jetzt noch irgendwas funktioniert. Also wir möchten das demonstrieren. Mein Laptop spinnt gerade und mal schauen. Also theoretisch sollten wir jetzt ein Lied starten. Hast du den Ton eingestoppt? Was ist jetzt passiert? Ich würde mal sagen, Sound und Licht passen zusammen. Wir können uns das ja gleich nochmal angucken. So, versuchen wir es nochmal. Ich fürchte, da war gerade eben mein Laptop etwas zu voreilig mit dem Sound. Und ja, kann passieren. Also theoretisch sollten diese beiden DMX-Scheinwerfer unsere Hasenbärchen einhornmäßig bunt beleuchten. Und vielleicht, wenn wir Internet haben, sollte auch dieser Laptop-Bildschirm bunt blinken. Vielleicht. Und was ist mit der Musik passiert? Schafft Freiräume und ermöglicht Synergien. Das Netz beeinflusst unser gesamtes öffentliches und privates Leben. Über Branchengrenzen hinweg sind mehr als die Hälfte aller Unternehmen in Deutschland vom Internet abgehoben. All diese Einrichtungen oder Firmen könnten gehackt werden. Und fahren langsam die Musik wieder runter. Und ja, danke schön. Super cool, danke schön. Ich fühle mich erleuchtet, so schön. Ich möchte es auf jeden Fall für zu Hause haben, danke. Ich möchte es auf jeden Fall für zu Hause haben.